Hallo und herzlich willkommen zur fünften Sendung Baskets at Home. Wie immer aus meinem Wohnzimmer für euch nach Hause. Wir haben uns wieder ein paar tolle Übungen überlegt und wir starten auch gleich. Ihr seid ja schon richtige Profis, also wisst ihr, jetzt kommen die Regeln. Regel 1 Hygiene. Hände waschen und nicht mehr ins Gesicht fassen. Regel 2 Abstand halten. Seht zu, dass ihr ausreichend von euren Mitmenschen weg seid. Und Regel 3, wir machen die Übungen zu Hause nur mit den Familienmitgliedern, aber nicht mit der Oma. Wir laden auch keine Freunde ein. Und jetzt geht's wieder mit dem Aufwärmen los. Und ich denke mal, Bonny hat sich wieder tolle Übungen überlegt. Ich bin schon gespannt. Wir starten wie jedes Mal mit Seilspringen ohne Seil. Das heißt, 10 Sekunden lang auf der Stelle mit Bite Binding Absprung. Damit wir weiter warm werden, hat uns Bonny heute eine zweite Übung geschickt, die ich persönlich schon ziemlich frech finde. 10 Sekunden anfersen, das heißt nichts anderes als sich in den Popo treten. Für die Beweglichkeit schwingen wir die Beine. Auf einem Bein stehend schwingt das andere Bein nach vorne und nach hinten. Das machen wir 10 Mal mit dem linken Bein und 10 Mal mit dem rechten. Zum Abschluss des Aufwärms laufen wir wie immer 10 Sekunden ganz, ganz schnell auf der Stelle. Und nicht vergessen, bewegt eure Arme aktiv mit. Unsere erste Übung, die macht mich schon ganz crazy. Total verrückt. Memory. Mal gucken, was dahinter steckt. Also Crazy Memory für die Kräftigung? Das habe ich noch nicht gehört. Aber es soll funktionieren. Dazu benötigt ihr entweder ein Kartenspiel, so wie hier, oder Memory-Karten. Dieses Spiel eignet sich definitiv für die Familie. Da solltet ihr dann mindestens acht Doppelte nehmen. Wenn ihr es alleine spielt, reichen vier Doppelte aus. Und wie das jetzt genau funktioniert, das zeigt euch ein Profi der Telekom Baskets. Hallo, hier ist Daniel Lischka von den Telekom Baskets. Damit euch zuhause nicht die Decke auf dem Kopf fällt, haben wir uns bei den Baskets einige Spiele für euch überlegt. Heute komme ich mit einer Idee, wo wir zum Beispiel Memory spielen können. Das Ganze aber noch mit sportlichen Aktivitäten verbinden können. Ich habe hier vier Pärchen, wie ihr sehen könnt, eine Tigerente, ein Bär, einige Motive aus der Janusz-Serie. Diese mische ich und lege sie vor mir auf den Boden. Wie beim ganz normalen Memory, was ihr wahrscheinlich kennen werdet. Die Aufgabe für euch lautet jetzt gleich nicht ganz einfach. Ihr macht Kniebeugen und bei jeder Kniebeuge deckt ihr eine Memory-Karte um und schaut, was darunter ist. Also ich mache jetzt eine Kniebeuge, decke eins um, sehe die Tigerente, gehe wieder hoch, lege eine weitere auf, lege eine weitere auf und sehe den Bär. Decke beide um, gehe wieder hoch. Gehe wieder runter, habe hier den Tiger und noch einen Tiger, sogar ein Pärchen. So, jetzt mache ich weiter. Ui, nee, das war das Falsche. So, jetzt habe ich einen Hasen und einen Bär. So, ich glaube, ihr habt das Spiel verstanden und wünsche euch ganz viel Spaß. Bis bald. Bei Crazy Memory könnt ihr noch total kreativ werden. Ich zeige euch eine Sache. Die wird aber sehr anstrengend. Ich mache es auch nur ganz kurz. Ihr geht in die Liegestützposition und jetzt dreht ihr eine Karte mit der linken, eine Karte mit der rechten. Doppelte. Super. Und ihr wiederholt das. Linke Hand, rechte Hand. Ich bin durch. Ich habe es geschafft. Und ich bin jetzt schon kaputt. Und das gleiche könnt ihr auch im Seitstütz machen. Da liegt ihr nur auf der Seite. Macht die Übung nach. Ansonsten überlegt euch was. Beim nächsten Spiel haltet den Ball hoch. Geht zum Geschicklichkeit. Dazu benötigt ihr einen Tischtennisschläger oder ein Buch. Dazu passend ein Tischtennisball oder ein Papierknöllchen. Ihr braucht ein bisschen Platz um euch herum. Und wie das funktioniert, und ich glaube unsere Profis können mit Bällen umgehen. Das zeigt euch jetzt ein Profi der Telekom Basket Sport. Hallo zusammen. Hier ist TJ DeLeo von der Telekom Baskets. So. Level eins. Buch auf dem Boden. Tischtennisball auch. Auf dem Buch. Und vorne. Du musst überbringen. Die ganze Zeit. Über dem Kopf. Und bleiben. So. Das war Level eins. Level zwei. Auge auf dem Boden. Überbringen. Hier. Und jetzt musst du zehn Hauptsinn machen. gut. Level drei. Auch hoch bringen. Und dann. Nochmal zehn Hauptsinn. Aber. Du musst. Jedes Mal. Im Buch. Wechseln. Umdrehen. So. Wie so. Guck mal. Eins. Ein. Drei. Drei. Vier. Sechs. Drei. Ein. Drei. Zehn. Das war schwer. So. Alles. Viel Erfolg. Viel Glück. Viel Spaß. Ihr könnt bei der Übung haltet den Ball hoch auch folgendes tun. Ball auf die Fläche, auf die Kante, Fläche, 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 Fläche oder versuchen, ich zeige es euch nochmal, oder versuchen ihn zu stocken, sodass er einfach auf der Fläche liegen bleibt. Versucht euch! Ihr wartet sicherlich schon drauf zum Ende unserer fünften Sendung Baskets at Home, unser Gewinnspiel für euch. Hi Kids, ich bin's Kilian von der Telekom Baskets. Wir haben ein Gewinnspiel für euch geplant, super einfach, wie ihr mitmalen könnt. Unter diesem Facebook-Post einfach die Frage, die ich euch jetzt stellen werde, richtig beantworten. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, wie lange dauert ein Baskets-Beispiel? Und das war sie nun, die fünfte Sendung Baskets at Home. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich fand es super und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.